In diesem Video zeige ich dir, worauf du in deinem Setup und deinem Golfschwung achten musst, wenn du bergab schlagen musst. Hi, mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Online-Trainingsplattform Golf in Leicht. Es geht bergab, zum Glück nur auf dem Golfplatz und auch dagegen kann man was tun, beziehungsweise du kannst dagegen was tun, wenn dein Ball sich in so einer Lage befindet. Und grundsätzlich, wie immer in Hanglagen, der Ball fliegt mit dem Hang. Das heißt, in dieser Lage, wenn du also bergab schlägst, wird der Ball flacher fliegen und bedingt durch einen steileren Eintreffwinkel, wahrscheinlich eher mit einem Slice, beziehungsweise einer leichten Rechtskurve. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, was du in deinem Setup und in deinem Schwung ändern kannst, um den Ball gewohnt hoch und gewohnt gerade, wie du es als Golfin-Leicht-Fan bist, zu schlagen. Zuerst einmal wieder das Allersimpelste, wenn du den Ball höher schlagen willst, brauchst du einfach einen Schläger mit mehr Loft. Das heißt, in dieser Lage, in dieser Entfernung zum Grün oder zur Fahne würde ich eher mal ein Eisen 5 schlagen, nutze jetzt aber ein Eisen 6 und habe damit das Thema Loft und Flughöhe nicht abgehakt. Aber zumindest habe ich den Ballflug schon mal deutlich angehoben, im Gegensatz zu der normalen Balllage. Was musst du jetzt im Setup verändern, beziehungsweise ändern, um den Ball höher und gerader zu schlagen? Ganz einfach. Auch hier passt du deine Körperlinien wieder dem Hang an. Das heißt, es wird sich für dich anfühlen, dass du mit dem Gewicht eher auf dem linken Bein dich befindest. Um den Slice von vornherein schon mal auch durch die Ausrichtung nicht zu reduzieren, aber zumindest ihm mal entgegenzuwirken, kannst du dich bewusst etwas weiter links vom Ziel ausrichten. Zudem darfst du, weil es eben bergab geht und der gesamte Eintreffwinkel steiler wird, deine Ballposition deutlich nach links verlagern. Auch das hilft nochmal, einen Ball-Boden-Kontakt herzustellen und der Schlagfläche Zeit zu geben, sich gerade zu stellen. Und um die Schlagfläche nochmal zu unterstützen, darfst du gerne etwas stärker greifen. Das heißt, deinen normalen Griff mit der linken Hand als Rechtshänder deutlich mehr nach rechts drehen. Das ist auch nochmal ein Faktor, um die Schlagfläche im Treffmoment mehr zu schließen. Das sind die Punkte, auf die du im Setup achten solltest. Lass uns jetzt einmal gucken, was du im Schwung tun kannst, um den Ball eben entsprechend konstant und sauber zu treffen. Nimm wie gewohnt oder wie beschrieben dein Setup ein und jetzt achte darauf, dass du im Rückschwung deine Schultern mehr kippst und dein linker Arm mehr nach oben schwingt, damit du insgesamt eine steilere Schwungebene erhältst. Gefühlt darfst du mit dem Gewicht auf dem linken Bein bleiben. Die Gefahr in dieser Hanglage ist, dass man sich nach rechts bewegt und dann auch im Abschwung rechts bleibt, weil man unter dem Ball schlagen will, um ihn hochzuschlagen. Es passiert aber genau das Gegenteil. Der Schläger trifft zu früh in den Boden bzw. schwingt am Ball schon wieder nach oben und dann entstehen fette und getoppte Bälle. Also darum, Setup einnehmen, Schulter- und Armebene etwas steiler gestalten und jetzt im Abschwung bewusst nach unten schwingen, bewusst von der Idee her den Hang nach unten schwingen und du siehst jetzt bei mir schon, mit dem Gewicht wirklich nach links verlagern und am Ende in einer stabilen Finish-Position stehen. Das ist relativ schwierig in dieser Lage, aber extrem wichtig, um einen Ball-Bodenkontakt und einen konstanten Treffmoment herzustellen. Und in echt sieht das Ganze dann so aus. Setup einnehmen, im Rückschung mit dem Gewicht links bleiben, Schulter- und Armebene steiler, bewusst nach unten schlagen und in ein gutes Finish schwingen. Und dann werden dir auch Bergablagen wie diese nichts mehr machen. Und jetzt viel Spaß auch in Hanglagen.